Hallo euch allen, da sind wir wieder beim Turkey Bowl. Wir haben die letzte Challenge zu spielen. Die achte. Uiuiui. Also. Reines Laufspiel. Kein Passspiel. Und am Ende natürlich, wie gesagt, wir dürfen ja nicht passen, wir müssen also laufen, ein Rushing TD. Ich muss meinen Quarterback damit einbinden, werde also des Öfteren auch mal Passspielzüge nehmen und auswählen. Und dann mit Mahomes versuchen, selbst zu laufen. Anders, glaube ich, können wir da nicht vorgehen. Schauen wir uns die ganze Sache mal an. Ich hoffe mal, dass wir an der 50-Jahr-Linie anfangen. Oh, das wird spannend. Ja, das sieht schon mal sehr nach Mittellinie aus. Das ist das Logik. Ja, wir fangen an der 50-Jahr-Linie an. 4 Minuten 40 haben wir Zeit. Die Zeit spielt eventuell ja auch eine Rolle, das dürfen wir nicht vergessen. So, wir gehen aggressiv ran. Ich stelle auch mal das Blocking auf aggressiv. Wenn ich hier Holdingstrafen kriege, kippen wir es wieder um, müssen wir nicht drüber reden. Halfback Dive. Wir laufen erstmal durch die Mitte. Das Schöne ist, wie gesagt, wenn ich hier eine Lücke habe, kann ich in einem Zug durchlaufen. Das ist der große Unterschied zu der Geschichte, wo wir auch diese Pässe-Geschichten machen müssen. Hier war aber nett viel mit Durchlaufen. Halfback Toss. Wir laufen über die Außen. So, Blitz kommt von der Linken. Das heißt, wir bleiben auch bei der Rechten. Ich hatte gerade Blitz, aber vielleicht drüber ziehen sollen. Ui, ein Jahr Raum gewinnen. Ui, äh, so. Jetzt kommt genau das, was ich eben meinte. Ich will jetzt eine Vor-Vertical aus. Werde aber auf jeden Fall mit, äh, Mahomes laufen. So, das hat... Wir hatten einen Versuch. Um drei haben wir jetzt. Ich versuche einen Halfback Toss über die Außen. Ich werde aber versuchen, über die, äh, linke Seite zu gehen. Ja, keine Chance. Die sind zu schnell. Also, wenn ich da irgendwo ein rotes Symbol habe, muss ich gar nicht versuchen zu laufen. Das bringt einfach nichts. Da sinkt die einfach zu fix, zu schnell für und machen die Lücken zu. Wir haben aber, positiv, wir haben keine Holdingstrafe bis jetzt bekommen. Wir laufen durch die Mitte. Das war doch mal ein sehr schöner Lauf hier von Walter Payton. Ich kann das eigentlich vom Kopf her nicht nachvollziehen. Wie sowas möglich ist. So, Smash, Sirm. Gleichzeitig, also ich versuche jetzt hier mit Patrick Mahomes diese 5 Yards selbst zu laufen. Los geht's. Ja, da haben wir das First Down. Gehen runter. Sind an der 34 Yard Linie. Das ist, glaube ich, genau die Methode, wie wir hier vorgehen müssen. Immer mal wieder Pässe antäuschen, damit Mahomes selber laufen. So, wir laufen Halfback Stretch über die rechte Seite. Walter Payton. Ah, schade. Der eine Block kam ein bisschen spät. Ein Yard Raum gewinnt nur. Inside Zone durch die Mitte. Das heißt, jetzt ist Eddie George an der Reihe. Zweiter und ein. Wir sind an der 17 Yard Linie. Das klappt momentan richtig gut. Ich hätte gerne wieder einen Lauf über die Außen, ehrlich gesagt, aber da bekommen wir jetzt keinen. Dann nehmen wir den Halfback Power. Das ist Gott sei Dank auch Eddie George. Das ist genau der wichtige Mann dafür. Ah, jetzt kriegen wir das 2-Minute-Warning. Ah, ich werde wahnsinnig. Das war so ein schlimmer Spielzug dafür. An einem Counter möchte ich eigentlich gegen die noch nicht arbeiten. Halfback Slash. So, Lauf über die linke Seite. Oh, die ist aber jetzt mächtig voll hier. Mächtig viele Verteidiger. Fehlenden Armen. Walter Payton. Ja, keine Chance. Das war so klar, dass da mal gar nichts geht. Ich versuche jetzt einen Lauf über die Außen. Halfback Stretch. Wir laufen über die rechte Seite. Los geht's. Ja, da waren leider etwas zu wenig Vorblocker, die wir da hatten. Dritter und elf. Ich muss über die linke Seite laufen. Da war auf der anderen Seite aber alles zu. Ja, ich bin früh in den Zwinnoos gegangen. Das hat da nichts gebracht. Vierter Versuch und neun. Das heißt, ich werde Patrick mit Patrick Mahomes versuchen zu laufen. Aber das wird sehr, sehr schwer. Jetzt kommt von der linken Seite. Patrick Mahomes. Nimmt den Kopf runter. Wir sind an der Zweijahrtlinie. Das war mal ein richtig gutes Play. Ich habe viel über diesen Quarterback geschimpft, aber das, das war richtig gut. First Endball an der Zweijahrtlinie. Ich gebe jetzt Walter den Payton, den Ball. Wir wollen Walter den Payton. Also Walter Payton zum Ball. Es geht jetzt einfach nur mit purer Gewalt. Ja, Eddie George. Warum ist Eddie George da nicht auf dem Feld? Das kann ich nicht verstehen. Ja, Walter Payton bleibt auf dem Feld. Großartige Ball. Und der ist in der Endzone. Walter Payton der Beste überhaupt. Wir haben diese, diesen Turkey Bowl gewonnen. Das Spiel ist vorbei. Ich brauche jetzt erstmal eine Ruhepause. Bis später. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020